Was ist, wenn ich dann voll ganz anders bin als die? Und dann habe ich meine Zeit verschwendet mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich eigentlich gar nicht abhängen will, weil ich die nicht kenne. Wisst ihr, was ich meine? Also das finde ich eigentlich eher entspannter, wenn man sich einfach kennenlernt. Aber nicht mit der Ding, dass man dann, also, dass man sich dann ganz normal kennenlernt, Digga. Und nicht so dieses, hey, ich finde dich süß, hast du Bock mit mir auf ein Date zu gehen?